Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhausi heute? Dienstag, endlich finde ich Zeit auf meine Zuckerrüben gegen Unkraut zu spritzen. Zuerst spritze ich da, ich mache einen Splitt, einen Dreifachsplitt mit Barappe, Metamitron und Betastard, Barappe 100 Grandi Hektare. Und ich spritze 170 Gramm mit einer Spritze. Das heisst, ich habe hier 170 Gramm Barappe eingefüllt. Die gute Spritzmittel-Empfehlung. Auf der Spritze da, 3,4 Liter jetzt, noch 170 Gramm. Jetzt der Metamitron und Betastard. Ja, und dann noch ein halber Liter Fusilite Maxi Hektare. Gegen Gräser Gürtet. So, gefunden ein Ballon-Wettbewerb. Einladung bei unserem Nachtessen, Potti und Felix. Ja, werde ich einsenden. Nach Hütikon. Es und das, Dö, Nahr, Nahr, Dö. Die Kriesbaumstraße 7, Hütikon. Wir wohnen hier in Erzigen, auf dem Zuckerrüben Welt. Ja, es ist auch extrem schwierig da ums Blumenfeld rum zu spritzen. Ich habe da mehrere Ecken im Feld und schräg hinaus gefahren, also abkehrlich. Ich weiss nicht mehr, was ich da kauft wird. Scheiss. Ja, das habe ich da geübt. Zuerst ringsherum gefahren und den schwierigen Teil gespritzt. Man kann auch nachher besser abschätzen, wie weit das Spritzmittel noch reicht, wenn man schön gerade fahren kann. Dann weiss ich hinten, ja, soviel Liter braucht es für eine Länge. Ja, und ich habe ja zwei Felder. Das erste hier ist 180 Aren, das zweite drüben 160. Und ich spritze eingefüllt für 170 Aren. Sollte nicht ganz reichen für dieses Feld. Wir werden sehen. Also, ich habe mich, ja, ich muss mich immer da entscheiden, wie viel Wasser und wie viel Druck ich da geben will oder Wasser spritzen will. Und ich habe mich entschieden, ich spritze mit 3 Bar Druck, 350 Liter die Hektar. Zum Spritzen brauche ich immer die ominöse, ominöse ARD Einstellscheiben. Ich spritze mit 5,5 Stundenkilometer, 350 Liter Wasser mit der 04 Düse. Gibt 3 Bar. Bisschen Wasser nachfüllen. Hat nicht gerannt, ganz gerecht. Bis jetzt. Soviel vom Rand entfernt. Ich denke, ich bin, habe, ja, wie soll ich sagen, nicht zu viel gespritzt, eher zu wenig. Ich denke, es hätte weiter oben geschlossen sollen. Aber jetzt ist es auch gut. Ähm. Ja. Werden wir da schauen. Ich habe vielleicht da vom Frischwassertank Wasser nach. Das hat noch genug Mittelrest, auch im Balken, dann kann das Reifen noch bis vorne. Da muss ich nicht noch einmal reinfahren. So. Die Rücken abgefüllt. Wiederum stellen auf Spritzen. Und Rest rauslassen. So. Also zuerst eigentlich habe ich da noch die Rüben. Die sind hier gut entwickelt. Das Problem ist hier der Raps, der ist schon zu gross. So. Hier zweites Feld. Es ist auch grün. Voll, milde. Melbele. Ähm. Hier hatte ich vor zwei Jahren ein Fürbis. Und da war viel Unkraut drin. Und hier sieht man das Resultat. Nicht gut. Die Melbele. Und da die Zuckerwebe. Ja. Einfach schlenden. Ich hoffe, die Spritzung hat gekriegt als unsere Kontrolle. Sonst gibt es einen Kappen so offen. Aber jetzt denke ich schon. Wir schaffen das. Die können wir gleich mal zurückbinden. So. Hier Braugerste gegen Unkraut spritzen. Nebenan ist gerade Sommergetreide. Jetzt sehe ich auch. So. Ähm. Sommerweizen. Und Braugerste. Gleich fertig bespritzt. Ähm. Und noch rechtzeitig. Es braut sich da schon ein Schlechtwetter-Front zusammen. Es ist warm. Es wird Gewitter geben vielleicht. Aber ähm. Ich denke, es reicht. Das kann antrocknen. Ähm. Meine Behandlung. Spritze mit 100 Gramm Concept. Und Starane 180, ähm. 0,6 Liter. Hier ist die elektronische Balkensteuerung. Und wie gesagt, hier die ominöse Scheibe, um die Spritzmenge einzustellen. So. Gleich ein bisschen Spülwasser rein. Und das lasse ich jetzt den Rest dann nachher auf dem Feld raus. Lass es also 50 Liter rein. Rausspüren. Und nachher ist es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und mein Tietje. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.